Kennt ihr das auf dem Rummelplatz, auf dem Jahrmarkt? Kommen Sie her, kommen Sie ran! Das müsste normalerweise auf den Wahlplakaten der Kartellparteien, also aller Altparteien, stehen. Kommen Sie her, kommen Sie ran, hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Eine Partei, die noch keine Gelegenheit hatte, weder in Länder noch in Bundesregierungsverantwortung, ist die AfD. Ich habe mich deshalb mit Tino Chrupalla, also dem Bundesvorsitzenden, einer der beiden Bundesvorsitzenden, neben Alice Weidel unterhalten, was können Sie den Menschen anbieten? Schaltet ein am 31.12., also zu Silvester, beginnend ab 8 Uhr. Wir bekommen Antworten.